Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Äh, ja, ich, ähm, hm, ich muss Sachen lagern, äh, Dinge die selten sind, ich brauch mehr Platz. Ich brauch dringendlichst mehr Platz, äh, ja. Ich würd sagen, so tauschen und so Titanium hab ich eh recht viel. Äh, ja, da werd ich vielleicht, oder auch nicht, versuchen etwas zu bauen, denn will ich nicht unbedingt diesen... Also, ich glaub, das ist die Seemotte, die da immer ran, dran clasht an, an das Haus hier, an unserer Behausung. Keine Ahnung, komisch. Na gut, jo, meine Taschen sind jetzt nicht wirklich leer, das ist blöd. Trinken könnte ich auch mal. Okay, ich brauch ziemlich viel Trinken und Honig bin ich auch schon wieder. Kann ich das eigentlich gleich mitnehmen, ist schon wurscht. Jo. Äh, ich brauch Dinge. Ich könnte mir noch ein Trinkchen basteln. Ich glaub, das wär... Bin ich da so richtig? Ich glaub, das wär fast besser, nochmal... ...ein Trinken zu machen. Ich nehm immer den Säurepilz mit, den ich, glaub ich, nicht brauche. Na. Das ist schon Gewohnheit, ich brauch sonst immer Säurepilz. Aber in dem Fall nicht. So, zurück mit dir. Da kann ich jetzt echt ne Flasche dalassen, das passt schon so. Dann hab ich ein bisschen Platz. Äh, ja. Okay. Also Essen fangen. Dann wär gut, Kupfer zu kriegen. Und, und, und. Meine, meine, meine Motte brauch ich auch, obwohl ich, ja, servus, obwohl ich schon sparen wollte, für... ...bist du das? Du grausliches Viech, du. Das tun halt immer da dran, ey. Blödes Viech. Ja, jedenfalls Kupfer und so weiter. Also hier ist nur ein Vorkommen gewesen. Da werd ich mal abhauen und mein Glück woanders probieren. Ähm, auch Quarz wär gut, wenn ich kriegen könnte. Und Salz hätten wir derweil genug. Das wär nicht so jetzt die Tragödie. Essen wär halt noch super, ne? Jetzt muss ich mal klubschen. Da haben wir nur Metallschrott. Das brauch ich auch nicht wirklich. Lululululu. So, was haben wir da? Das dürfte auch so ein Sanddingen sein. Da ist wieder nur das Bessere drin. Also Gold und so weiter. Das wertvollere, das brauch ich jetzt in dem Fall nicht. Da haben wir nur Salz. Da ist auch nur Salz. Meine Güte. Au! BTF! Boah, mein Schiff ist auch gleich hin. Sollte echt vorsichtig sein, ne? Ah, hier hätte ich schon was. Ja, ja. Aber hier in dem Schiffchen kann ich das nicht ernten, ne? Kalkstein brauche ich. Ich hab Schieferstein ausgerüstet, ne? Metallschrott. Nehmen wir halt von mir aus das Salzl hier noch mit. Da oben wär vielleicht noch was. Ne, nur Titan. Da vielleicht. Da ist auch nur Titan drin. Da vorne wär vielleicht noch was. Ich nehm mal mein Scannerlein. Was haben wir hier? Irgendwas war da. Mobile Fahrzeugstation. Brauch ich nicht, weil die haben wir schon. Die haben wir sogar schon gebaut. Wer hätte das gedacht? Da oben ist noch was. Luft hab ich noch. Aha, Sandstein. Egal. Nehmen wir's halt mit. So. Looky, look, look. Ich brauch Dinge, bitte. So. Da unten. Das würde nur... Ah, Kalk. Passt. Ah, ich glaub, das war ein Kupferlein, ne? Hab ich zwei Kupfer? Hab ich schon. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich brauch gleich Luft. Ich brauch gleich Luft. Da ist noch eins. Zack, zack, zack. Jawohl. Sehr gut. Drei Kupferchen. Drei Kupfer. Ich muss mal kurz zurück zur Motte. Bisschen Luft holen. Drei Kupferchen. Drei Kupferchen. Oh mein Gott. Fressen sie mich nicht. Fressen sie mich nicht. Um Gottes Willen. Das ist ja alles Absicht hier, ne? Dass diese Ekelviecher... Zack. Du, lästiges Ding. Au. Ja, okay, das kostet viel. Das wollte ich mich mal verdünnisieren. Ich bin ja schon weg. Ungustel. Echt. Ja. Ein bisschen Sicherheit bringen. Da hält man nur Salz. Solche Dinge würde ich gerne mal kaputt machen. Ui. Sprühen wir Funken? Oh oh. Oh oh. Wir sind ganz schön im Arsch. Also unser Gerätschafterl hier. Oh mein Gott. Wie kann ich eigentlich das hier abbauen? Spezialausrüstung erforderlich. Mit einem Laserschneider geht das wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre zu... Na. Das ist ja Blödsinn eigentlich. Laserschneider sollen nur Türen kaputt hauen, ne? Spezialwerkzeug. Ob ich das auch auf der Aurora finde? Wahrscheinlich. Drei Kupfer ist halt schon ein bisschen wenig. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. Das kennen nämlich auch mal so mit. Aha, jetzt wird es dunkel auch noch. Bist du ein? Eine Schlimmpflanze will ich nicht. Den Kalkstein? Nein, das war Titanium. Da drüben hätten wir vielleicht noch was. Das ist aber ein Sandstein, glaube ich, ne? Ja. Das ist die Wurscht. Wir haben auch mit. Da war, glaube ich, jetzt Blei drin. Da haben wir ein bisschen Salz. Super. Da ist auch noch was. Kalkstein, wieder Titan. Verdammt. Das ist nix gut. Das ist nix gut. Nee, nee. Alter Schwere, ich sollte das mal machen, wenn es ihr nicht unbedingt zuschaut, ne? Kackviecher. Kackviecher, muss man echt sagen. Yo. Das war ein Schuss in den Ofen irgendwie. Ja, ich schwimme eh schon zurück. Ein bisschen Luft holen. Mal kurz einsteigen. Der raucht schon überall. Ich muss unser Schiffchen, glaube ich, jetzt sehr mit Vorsicht bedienen. Kann ich es reparieren? Kann ich es mit nem... Mit meinem... Reparaturwerkzeug. Warte mal. Ähm... Kann ich es reparieren? Mann. Kann ich dich reparieren? Ja, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Boah, jetzt bin ich erleichtert. Gott sei Dank. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut. So, hier in dem Loch könnte ich mich auch... Ja, ja. Sandsteinderl. Sandstein. Noch mehr Sandstein wahrscheinlich. Verdammt. Ich brauche ein Licht. Hier ist noch mehr Sandstein. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Da werde ich mit dem Titan wegschmeißen, weil von dem haben wir eh so viel. So. Da kann ich wenigstens das wertvolle Gold noch mitnehmen. Wenn ich es noch mal anfinde. Da drüben rollt es. Ah, rollt es, ja. Ein Quarzerl. Unbedingt mitnehmen. Da haben wir was vielleicht. Ja. Yes. Da vielleicht auch. Ah, das war Titan. Titan, Titan. Ich sollte nicht zu tief tauchen, sonst komme ich hier nie wieder raus. Da wäre vielleicht noch was. Das ist jetzt auch ein Kalki. Ja. Mit Kupfer. Sehr schön. Da ist auch noch was. Nicht Kupfer, aber ein Quarzi. Sehr schön. Ich glaube, ich... Oh, es wäre noch gegangen. Das nehmen wir mit. Ich gehe mal kurz. Zack. Luft holen. Das lädt wieder ein bisschen. Ja. FPS sind nicht so beim Einsteigen. Boah, ich darf ja kein Licht einschalten. Es ist jetzt sehr finster, ich weiß. Aber ich darf da jetzt kein Licht einschalten. Weil sonst bin ich da wortwörtlich erledigt. Jetzt gehe ich nochmal runter hier. La 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 la. La 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 la. So, da habe ich vielleicht was zum Essen. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Weg mit dem Zeug. Oh, ich wollte Essen haben. Salz. Top. Hier vielleicht noch den Bumerangfisch. Zack. Und. Da ist noch einer. Zack. Komm her. Komm zu Mama. Bin ich schon wieder voll? Geht ja nicht. Nein, bitte. Na bitte. So, haben wir hier noch irgendwo. Da eventuell. Ein Küpfer. Yes. Jawohl. Und ein bisschen ist. Habe ich noch Platz? Eines hat noch Platz. Zwei, vier, sechs Kupfer haben wir gefunden. Sehr schön. Dann will ich aber noch einen Kupfer haben. Sehr schön. Was ist das jetzt? Titan. Nee. Nee, nee. Ein Küpfer wäre super. Ich glaube, da gibt es eh keins mehr. Ein Schlingpflanz. Das ist auch die falsche Farbe vom Stein. Jetzt brauche ich gleich wieder Luft. Sonst nehme ich noch ein Salz mit, bevor ich gar nichts habe. Ja. Ich glaube, da kann ich das Salz mitnehmen. Jawohl. Nehmen wir das Salz mit und dann ab nach Hause. So, zack. Zurück zur Motte. Gott sei Dank kann ich die reparieren. Boah, da habe ich jetzt echt schon geschwitzt. Ja, ich bin schon dahin. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Und? Rein da. Sehr gut. So, Licht und ab nach Hause. Wo ist unser Zuhause? Nein? Falsch. 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 Wo sind die Kameras? Da drüben. So, auf geht's. So. Batterien basteln. Das kann ich schon mal machen. Alles, was wir haben. In Batterien investieren. Da brauche ich jetzt noch Säurepilze einen Haufen. Ich habe jetzt nur mehr drei, glaube ich. Weil ich habe jetzt eh keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss sowieso nach Hause. Mal drei Batterien basteln. Das kann ich unschöniert machen. Feuerlöscher brauche ich noch einen Haufen. Essen und Trinken brauche ich da noch einen Haufen. Da werde ich mich dann aber, glaube ich, oben bei den Pflanzen da bedienen, die mal wegjausern. So. Aussteigen. Zack. Einsteigen. Ja. Ich habe es. Ja, ich habe es befürchtet, dass da jetzt nichts geht mehr. Gott sei Dank. Super. Wegtun. Silber mal. Quarz. Oh, ich hätte Quarz zuerst wegtun sollen. Bevor ich das Titan kann weg, das Gold von mir raus, unbedingt den Quarz zuerst weg. Äh, jo. Essen kochen. Kann ich jetzt? Keine Energie. Ja, natürlich. Ist ja logisch. Ist ja logisch. Dann her mit dem Quarz. Oh, jetzt geht es wieder, Gott sei Dank. Das war knapp. Dann her mit dem Quarz. Wir brauchen mal Kupfer, Quarz und... Gold, glaube ich, war es, ne? Hierfür? Na, Titan. Habe ich alles mit? Passt. Ich gehe mal schnell ein zweites Ding ins Baum. Ähm, wo ist denn mein Konstruktions-Blabla? Werkzeug. Komm. Ja. Reparatur. Laserschneider. Ne? Habe ich das raus? Nein. Ja. Ha. Warte, 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 warte. So. Und zwar werde ich sie hier drüben hinbauen. Da kommt am ehesten noch Licht hin. So. Und. Zack. Zack. Tada. So. Dann müsste das besser funktionieren. Hier ist sowieso irgendwie blöd. Da wäre da drüben besser. Ich werde die mal abmontieren. Und werde sie da drüben hin machen. Ich glaube, das ist besser. Kann ich die noch ein bisschen drehen? So vielleicht? Na? So ist, glaube ich, gut. So. Dann müsste ich jetzt recht gut mit Strom versorgt sein. Weil Morgensonne hier am ehesten, am schnellsten ist. Das ist wie da drüben. Müsste das hier schon recht gut funktionieren. Licht brennt. Das ist super. Dann steigen wir mal wieder ein. So. Ja, grüß Gott. Freut mich auch, dass du da bist. So. Gut. Äh, ja. Ich würde sagen, Blei ist was Seltenes. Da habe ich aber keinen Platz. Ich muss was bauen. Wer hätte gedacht, dass ich was bauen muss? Und zwar ein Schrankerl. Innenmodule. Sonst. Verlässt du noch sonstiges? Apfeleimer. No. Labortisch. Drehstuhl. Nein. Den muss ich auch mal schauen, wenn ich fertig kriege. Den Mehrzweckraum. Pro Fenster ein Glas. Okay. Äh, was wollte ich jetzt? Äh, was wollte ich denn jetzt, bitte? Ah ja, ein Schrank. Genau. Wand spinnt, spinnt. Da spinnt er, da spinnt. Ich würde sagen, spinnt, bauen wir wieder. Ähm, allerdings, hier ist echt schon bald kein Platz mehr, ne? Ich könnte ihn noch hier versuchen hinzuknallen. Ich glaube, da will er eh nicht mehr, äh, will er eh nicht hingebaut werden. Da noch vielleicht. Hier so. Geht das überhaupt? Aha. Hier mitten im Gang wird es ihm gefallen. Ist das verkehrt? Theoretisch so, ne? So. Ja. I'm hungry. So, da war er kurz mal grün. Äh, ist das sehr schief. So ist er gerade eigentlich, ne? Wenn ich das mal so ungefähr... Ich glaube, ich glaube, das ist gerade. Aber ich bin nicht gerade. So ungefähr. Was? Was fehlt denn? Quarz und Titan. Deshalb. Achso. Äh, Titan habe ich, aber Quarz habe ich kein. Quarz. Ich brauche Quarz. Gib mir bitte Quarz. Danke. Halt. Ich glaube, da wäre schon bald besser, hier einen Titaniumschrank zu machen. Und hier was anderes reinzutun. Gold zum Beispiel oder so. Oder Kupfer. Halt. Was macht er denn? Äh. Was war das jetzt gerade? Jetzt geht's. Hä? Also hier Titaniumgeschichte machen, glaube ich, ist besser. Der Schrank ist einfach größer. Und hier würde ich sagen Kupfer und Gold, glaube ich. Und Silber. So, ne? So ein Edelmetallschrankl irgendwie so in die Richtung. Silber. Jawohl. Ich glaube, das ist vernünftiger. Dann muss ich anfangen, was zu essen. Das wäre auch gut. Rein. Hoppa, das Messer brauche ich noch. So. So. Und einmal noch, glaube ich. Zack, 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 zack. Und das nehmen wir auch mit. So. Und dann wäre gut, was essen. Wieso verdrücke ich mich jetzt immer? Ich habe keine Ahnung. Das sind nervöse Zuckungen. So. Fabrikato A. Ich will koche. Und zwar, ja, ich habe Salz. Machen wir halt das Gebökelte von mir aus. Ich glaube, das ist ein bisschen nahrhafter. So. Gut. Und schmack und schmack und schmack und trinken. So. Gut. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gesättigt. Jetzt brauche ich Röhrenkoralle muss ich noch farmen nochmal. Und, äh, ja, die Säurepilze kann ich schon nochmal alle mitnehmen, wegen Batterie bauen. Habe ich jetzt die Tischkoralle auch gebraucht? Glaub nicht, oder? Ich glaube nicht. Hoppala. Ah, was habe ich denn noch hier drin? Warte. Da drückt mich schon wieder. Was habe ich denn noch da drinnen? Ähm, Silber. Genau, das kommt ja woanders hin. Ähm, ja, das würde ich jetzt auch woanders hin tun, mal. Weil das sind jetzt hier Lebensmittel und Dingsbums. Auch hier das Gold kommt raus. Silikon, Gummi, das Titan-Dings kommt weg. Da kommt jetzt das Blei rein. Das Quarzerl. Salz kommt drüben hin. Lidium würde ich hier reingeben und den Magnet-Ding. So, das schaut schon ein bisschen besser aus, glaube ich. Die Tischkoralle ist hier eigentlich auch falsch. Die war jetzt hier drüben drin. Kleidungsutensilien, graue Kappe und den Probedings tue ich auch lieber drüben hin. Auch das tue ich lieber drüben rein. Ja, ich glaube, das ist schon bald besser so. Und ich verdrück mich schon wieder. Und hier rein eben, wie gesagt, das Gold. Gold und Silber. Ja, ich glaube, das ist okay. Und hier drüben, wie gesagt, die Tarngeschichte. Ich glaube, so ist es schon mal besser. Und hier rein tun wir halt noch das Käppi hier und diesen Probebehälter. Jo. Jetzt kann ich noch schnell Wasser kochen. Fabrikator. Ich brauche das da. Und das da. Ja, und Saufi. Genau. Gut, von dem werde ich mir auch noch zwei, drei basteln, glaube ich. Und dann brauche ich unbedingt... Ja, zwei mache ich hier noch. Das passt genau. Dann ist die mal weg. Einmal trinken habe ich auf Reserve, weil das werde ich brauchen, wenn ich zurückkomme. Also einmal. Und nochmal. Ich bereite mich gerade vor für die Aurora. So. Damit ist das Wasser haltbar. So. Passt. Jetzt haben wir viermal was zu trinken. Ein bisschen an Proviant für Essen werde ich mir noch mitnehmen. Glaube ich. Und dann ja. Gut, als nächstes muss ich bauen. Wenn es möglich ist. Die Batterie. Das war Elektronik. War das hier drin? Batterie. Kupfererz. Natürlich. Da habe ich jetzt vergessen. Der gehört mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nehmen wir mal mit. So. Fabrikator. Ich brauche. Ich muss bauen. Batterien. Äh. Sorry, Bild. Da brauche ich zwei pro... Ach, du Heilige. Da habe ich jetzt gar nichts mehr, ne? Nein. Okay. Okay. Dann lasse ich das mal hier. Auch das hier lasse ich mal da. Wasser lasse ich mal da, weil das heißt, ich muss jetzt farmen gehen. Äh, das Kupfer lasse ich da. So. Die Batterie. Braucht da schon irgendwer was? Ich glaube nicht, oder? Na. Brauche ich noch nicht. Das heißt, die kann ich auch aus platztechnischen Gründen noch da lassen. Äh. Gut. Glaube ich. Fabrikator. Was brauche ich denn? Ah, das ist bei persönlich. Werkzeug für den Feuerlöscher. Wo war denn der? Feldmesser. Pfadfinderwerkzeug. Was ist denn das? Das ist jetzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Achso. Das war das. Leuchtfackeln, Dingens, Lichtstab, Bestandteile unbekannt. Achso. Äh, ja. Habe ich das Stasi-Gewehr schon? Ich glaube, oder? Ich hoffe. Ah, nein. Bestandteile unbekannt. Geht noch nicht. Oder doch? Egal. Konstruktionswerkzeug brauche ich nicht. Wo ist denn das jetzt? Das war nicht hier. Dann ist es da dabei. Äh. Schwimmflossen, Medikit, Feuerlöscher. Drei Titanen. Oh, da kann ich genügend bauen. Wenn ich endlich mal das los. Aha. Aha. Ja, nice. Warte. Ähm. Titan. Jetzt habe ich aus Gewohnheit den falschen. Hier. Also eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nehmen wir gleich, was wir haben. So. So. Jetzt bauen wir Feuerlöscher. Nein. Falsch. Halt. Nein. Das will ich nicht. WT steht es drin. Meine Güte. Dann tun wir halt bearbeiten. Schreiben wir rein. Ähm. Kupfer, Gold, Silber, K, G, S. Machen wir so, warte. K, G, S. Kupfer, Gold, Silber. Passt, oder? Kupfer, Gold, Silber. So. Hilft mir nichts, weil ich nie lesen tue, aber ist ja wurscht. So, nein. Ich will das haben, das haben und das Feuerlöscher. Ich will das haben, das haben wir noch nicht. So. Noch ein. Noch ein. Ist ja beliebt, ich weiß. Kann ich noch was anderes bauen? Ich glaube nicht. Nein, nein. Dann bauen wir mal. So. Weil die gehen eh so schnell aus, die Feuerlöscher. Sind ja nur kleine. So. Passt. Sehr, sehr gut. Die kann ich jetzt auch schon mal hier derweil reintun. So. Ein Titanium ist übrig geblieben. Wow. Nice. So, jetzt mal schauen. Ich habe Reparaturwerkzeug. Laserschneider. Konstruktions, Scan, Taschenlampe, Feldmesser. Ich habe Schubkanone und Seeglade. Ich habe keine. Oh, habe ich das drüben liegen lassen? Bei der Rettungskapsel? Haha. Das könnte sein, dass ich Schlauberger das bei der Rettungskapsel abliegen lassen. Schlecht. Sehr schlecht. Mir kommt vor, ich hatte schon mal so eine... Kann nicht sein, oder? Zum Wegbewegen von Dingen. Hatte ich doch schon mal. Egal. Ich verlasse wieder mal die Basis. Steige in mein Gefährt. Zeige ich in mein Gefährt. Ja, grüß Gott. Servus. Und, äh, ich werde mich sowieso mal sicherheitshalber zu unserer alten Rettungskapsel hin bemühen. Schauen, was wir da noch drin haben. Nehme ich mal mit. Tuck. Äh, dann muss ich weiter farmen. Noch ein bisschen Kupfer. Dann muss ich weiter farmen. Titanium kann ich wieder ein bisschen mitnehmen, weil da habe ich eh schon alles verbraucht. Ich brauche Quarz, wenn ich finde. Also alles Mögliche. Batterien habe ich jetzt schon recht viele. Essen brauche ich noch. Ja. Essen freiblich ganz zum Schluss, glaube ich. Was ist denn das Violettes da drüben? Das hat gerade sehr verdächtig ausgeschaut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das wirklich wissen möchte. Hier. Ach so. Das wäre eine Höhle wieder mal. Oh, mit Quarz. Ich muss aussteigen. Ei. So. Quarz. Noch mehr Quarz. Das Kalksteinchen mit Kupfer drin. Na, diesmal nicht, weil ich habe mein Schiffchen mit. Aber danke für deine Besorgnis. Sehr nett. So. Sandsteinchen. Nehmen wir auch gleich mit wieder. Zack. Was wir haben. Hammer. Blei nehme ich sowieso gern mit, weil... Hm. Nicht, dass ich wieder ein Problemchen habe, wenn ich es brauchen würde. Ich mache die ganzen Tiere hier verrückt. Wegen dem Licht. Sehr schön. Zack, zack. Zack. Ich bin halt blind wie ein Maulwurf, wenn es dunkel ist. Ich kann auch nichts dafür. So. Zack. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich brauche Luft schon. Na, würde noch gehen ein bisschen. Ja, ja. Schmerzt nur herum. Der regt sich wieder auf. Meine Güte. So. Zack, zack. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Viel Quarz. Das ist sehr gut. Können wir gleich mal unsere Scheiben bauen. Huch. Ich gehe da mal weg. Bäh. Geh weg, du blödes Viech. Bäh. Ich ziehe weg da. So. Kalksteinchen. Nochmal Kupfer. Ja. Duft. Okay. Gehen wir mal kurz zurück. Da ist nochmal was. die Torn. Die Torn, die Torn. Gehen wir mal kurz Luft holen. Lady, Lady, Lad, Lad. So. Okay. Das war lukrativ tatsächlich. War ich hier rüben schon? Ich glaube, ne? Na? Da wäre was. So. Mal aussteigen. Sandsteinchen. Dumm. Jetzt habe ich mir den Kopf angehauen. Sehr schön. Da vorne ist was. Sammel, 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 sammel. Zack, zack. Nochmal die Tarn. Was bist du? Eine Schling... Achso, nur die Schlingpflanze. Okay. Die Schlingpflanze. Die Schlingpflanze. Sie schlingelt dahin. Die Pflanze. So. Haben wir hier noch irgendwo ein Erzielein? Oh, der Part ist schon wieder zu Ende. Wä? Schon? Meine Güte, die Zeit vergeht. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Halt da, holt da weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.